Hallo und herzlich Willkommen zurück zu New Super Mario Bros Wii Together. Oder wie man es im Deutschen so schön sagt, Together. To-to-to-Together. Together. Ähm, wo haben wir denn einen? 2-1, ne? Weil das ist 2-2. Ich-ich-ich erwähne es nochmal. Das ist kein professionelles, gutes Let's Play. Das ist ein Together, da kann Cringe vorkommen und es wird auch so sein. Und, ja, bestes Beispiel. Bestes Beispiel. Bestes Beispiel. Komm ran, du musst leiden. Was ist, dass ich bis jetzt doch keinen extra Anlauf habe, du schon... Ja, stimmt, Lena hat bisher... Stimmt! Nein. Ja, jetzt mal ernsthaft, Lena, Respekt. Ups. Nee, aber jetzt mal ernsthaft. Sag mal. Das ist doch nicht wahr! Was ist denn jetzt los? Ey, das ist jetzt deine Folge, ne? Die rockst du jetzt. Ich seh's schon kommen. Nein. Nein, ich hätte doch... Ja, Lena, gib Gas hier. Alter, Lena! Ja. Oh, du hast mir den Arsch gerettet. Ähm. Ähm. Bitte professionell. Professionell. Wollen wir mal ein Item uns gönnen? Komm. Das ist das erste Mal, was du fragst. Kannst du auch Nein sagen. Ich mach's trotzdem. Ich weiß. Warum fragst du das? Das zeigt aber nicht ziemlich viel Skill, ne? Ach, das fällt jetzt auf. Ja, eigentlich ist Item nutzen ja voll Pussy, ne? Fällt dir jetzt das auf? Aber ganz ehrlich, dafür sind sie da. Sag mal, Lena. Ja? Ich dachte, das ist jetzt hier deine Folge. Welche Folge? Ja, mit Skill und so. Oh, warte, I need you. Oh, warte, I need you. Fick dich. Ja, nein, du Monster. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. You made it. You made it. Du Schwa... Sag mal. Ja, Lena, ich sag ja, du rockst heute. Aber gut, das darfst du. Es ist ein Together. Ich hab mein Let's Play absolviert. Ich muss mich nicht beweisen. Ich habe das Let's Play gemeistert. Und zwar mehr als nur gemeistert. Es gab wenig... Cringige Fails. Guck mich nicht so an. Du hast es nicht mal gesehen. Ich muss mich nicht beweisen. Ja, aber bei Louis Yu... Guck dir doch mal die erste Folge an. Bei Louis Yu... Guck dir doch mal die erste Folge an. Bei Louis Yu... Ja? Gab es kein Einzel-Let's Play. Von daher... Musste ich mich auch beweisen. Ist das berechtigt? 17. Ja, 17. 17. Sag nur 17. Da wird mir der T direkt... Bah. Ja, was ist das? Das bringt direkt um, ne? Nein! Du Schwein, Alter. Das bringt direkt um, ne? Ja. Voll die Drohungen hier. Mein Bruder droht die FBI. Tja, Lena. Ja. Da, bei der T-T... Nein, wir sind... Ich freue mich schon auf das Super Mario 3D World together. Nein, das machen wir nicht. Warum nicht? Nein! Das ist voll das hübsche und geile Spiel. Nein! Hast du was gegen hübsche und geile Sachen? Du Monster! Das war meine Eisblut... Sag mal! Lena! Fängt das schon wieder an? Was? Das ist... Du bist ja... Nein, ich will auch! Nimm mich mit! Achso. Warte, hier muss man... Hier muss man aufpassen. Lass die am Leben! Lass die... Das ist doch nicht wahr! Warte, da ist aber... Da ist... Lena! Da ist aber... Lena! 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 Du stirbst doch wieder! Das werde ich nicht, keine Sorge. Nein! Hallo, du gehst gleich... Oh, der reagiert aber auch nicht, ne? Der ist... Nee, komm, das hat keinen Sinn. Okay, hier könnte ich sterben. Oh, der werde ich sterben. Noch nicht. Noch nicht. Ha! Wies... Ja, was denn? Warte mal, irgendwie ist das mit der... Ja! Ja, so ist schon besser. Jetzt sehen wir nicht aus wie Milch-Bubis. Ich muss ein Milch-Bubi... Boah, Lena, mir ist warm. Ich schwitze überall. Boah. Wer wacht, gewinnt. Also, auf welcher Seite stehst du heute? Das sieht aus, als würde ich mir den Arsch abwischen. Ich weiß. Du schützt ja auch. Nein! Ja? Nein, ich schwitze halt beim Rücken. Nein, warum darfst du anfangen, hallo? Weil ich grübel. Nein, dass du nicht! Weil ich nicht zu dem Gewissen gehöre. Okay, dann machen wir eine Stammattacke. Stammattacke. Rein, mach. Lena? Ja. Soll ich den nehmen? Ja. FBI! FBI! Tch... FBI! Aufmachen! Wir können nicht dieselben Witze bringen. Doch, können wir. Merkst du doch. Nein, können wir nicht. Oh, oh. Okay, es wird zu gefährlich. Auch nicht. FBI, aufmachen! Ich habe ein sehr böses Gefühl. Aber mir egal. FBI! Nein! Oh nein, wir hätten es geschafft! Nein, du hättest den eingeöffnet und ich dann... Oh... Egal, wir waren gut. Wir sind ein tolles Team. Team. Toll, ein anderer macht's. Werden wir uns ein Item? Aber nur ein Pilz. Liebchen hoch! Du kommentierst nicht mehr so viel wie früher. Keine Ahnung. Obwohl, du warst schon immer sehr still. Was das angeht. Vor allem als Kind, Alter. Aber du warst die Stille in Person. Das stimmt. Sag mal, jetzt bin ich auch noch dein Schutzschild, oder was? Ich habe ihn gelegt. Geht's dir gut? Ich sag Mario. Jesus! Hier gibt's keinen Jesus. Hier gibt's nur Mario. Nein, I want to have him. Nein. Bist du stirbst, Alter. Sag mal! Hui! Oho. Hallo? Soll ich auch atentrücken? Das ist dein Together. Ich brauche mich nicht verweisen. Mein Together. Lena, jetzt mal ohne Scheiß. Als Speedrunnerin wärst du gar nicht so schlecht. Weil du hast diese Eigenschaft. Mir ist alles scheißegal. Ich renne durch das Level. Ich gehe einfach. Ich habe manchmal diesen Drang. Ich sammle ganz gerne. Das hast du halt überhaupt nicht. Ich wette, als Speedrunnerin, das wäre auch deins. Das Thema hatten wir ja schon mal in einem Real Talk Video. Speedrunner, nein. Also bezüglich Streamen. Gar nicht? M-m. Meinst du? Aber du rennst hier durch die Level wie ein Profi. Also jetzt ohne Scheiß. Wie so ein... Ja, okay. Profi ist leicht was anderes. Aber ganz ehrlich, du... Ja. Ja. Verstuck. Hä, warum sind hier keine... Nee. Ich will jetzt mal fünf Minuten genießen. Geh weg. Oh yeah. Lena, du bist schlimm. Oh, ich weiß, was mein Ziel für dieses Let's Play ist. Oder für dieses LPT. Nein, LPT hört sich falsch an. Für dieses, äh... Together. Together. Mit W. Ähm. Ich sammle einfach so viele Sternmünchen wie... 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 Ja. Ich gebe dir jetzt sogar die Möglichkeit, noch eine abzukriegen. Versau es nicht. Ja, Lena. Nächstes Level kriege ich meinen... Ersten extra Anlauf. Das ist aber, ähm... Solange ich meinen nicht kriege, ist alles okay. Nee. Ich habe meinen Power-Up. Ja. Hihihi. Hallo? Professionelles Display? Nee, ist ja nicht. Ist ja nicht. Hallo, FBI? Ich hatte den immer noch so geil. Och, Lena, ist das dein Ernst? Ja. Was war das jetzt? In der Hausbesichtigung? Ja. Ja gut, wir sind ja beruflich FBI. Da geht das ja. Uh. Du kannst nicht. Ha, ha, ha. Lass mich nicht allein. Warum nicht? Ich sterbe der... Was? Gibt's gerne? Nein. Was? Ah, Fingerkrampf. Iiii. Iiii. Ja, Lena. Ja, Lukas. Ja, hau rein. Ehehe. Der kann durch Wände schießen. Ist doch klar. Der Saftsack. Skill. Ist nicht da. Oh, doch. Sonst wäre ich jetzt tot. Nein. Ich bin draußen stecken geblieben. Der Verkehr war zu stark. Oh. Ich hab dir deinen verdammten Arsch gerettet. Und schon wieder. Ha, 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 ha. Du springst auch da voll rein. Warum verprügelst du mich eigentlich die ganze Zeit? Wer? Wer verprügelt wen? Hä? Wer wird denn hier verprügelt? Ich weiß. Ich war schon drin. Lena. Ja. Nein. Meine Münzen. Ich muss auch meine Steuern zahlen. Mensch, Lena. Hallo, Senioren gerecht. Senioren. Tschüss. Das ist nicht so falsch. Ich weiß es. Sag mal. Roy. Ja, komm ran. Mädchen. Du musst dich beweisen. Schau ich doch. Das war knapp. Ich hab noch ein Leben. Guck mal. Vielleicht krieg ich doch nie den Extern auf. So krieg ich. Ich helfe dir. Ich bin paradisiert. Oh, da fällt mir ein. Ich muss unbedingt mal Pokémon spielen. Nee, den Rest machst du. Na gut. Das war nicht wie ich. Scheiße, ich bin tot. Ja, Lena, dein erster Extra-Anlauf. Ja, und? Achso, ich hab auf dich gewartet. Scheiße. Da stehe ich Gott sei Dank nicht hinter dir. Tja, Lena. Solange ich die Frise habe, muss ich das noch machen. Entschuldigt bitte. Entschuldigt bitte. Entschuldigung. Ja, ja. Tja, Lena. Eine Ära wird fortgeführt. Klar. Ich gönne dir jetzt sogar das One-Up-Haus. Also, ne? Ich bin, ich bin großzügig. Schulterklopfer. Ich bin zu großzügig. Ja. Also, du kannst, du kannst mir nicht vorwerfen, dass ich es dir schwer gemacht habe. In diesem Together. Ja. Merk dir das für die Kommentare. Du schreibst wieder welche. Ich kenn dich. Ja, Lena, du musst schon was machen. Was? Ja, du musst in der Kanone und schießen. Okay. Und im besten Falle treffen. Also, deine Tüllen. Mir ist das egal. Easy. Du musst. Was? Hä? Oh, die zählen gar nicht für dich. Ich dachte, die werden... Nein. Dann lass ich dich beim nächsten Mal zuerst schießen. Na gut. Das hört sich doch wieder so falsch an. 2-4! Ist auch ein Yoshi-Level, ne? Oder? Ich meine... Ach, das... Ach, nee, nee, nee. Quatsch, quatsch. Ich laber scheiße. Rufe zum Thema. Ich kenn das Spiel gut. Ja. Nee, das ist das typische Sanddünen-Level. Do you want to help me go down? Oh, danke. Hab ich dir gerade deinen Arsch gerettet? Ja. Hihii! Was ist das denn? Ja, du wartest da auch noch super gemüht. Okay, das hast du mich getötet. Ja, okay. Das geht auch meine Kappe. Da gibt mir ein Leben. Du holst dir. Es gibt genug in dem Spiel. Weißt du, das ist ein Propeller-Level und ich hab nicht mal einen. Nee, komm ran hier. Das ist kein Wunschkonzert für dich. Na, komm ran! Mensch, Lena. Mensch, Lena. Woo! Woo! Uu! Ich bin sehr leise. Ich erinnere mich. Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Ich hätte A drücken können. Okay, das Level ist aber zum Speedrun halt auch echt easy. Lena! Ja? Ja. Work with me! Work with me! Und dann schnappst du dir nicht mal das ab. Du nutzt die Gelegenheit. Lena! Aber ich bin der festen Überzeugung, dass du nicht so viele extra Anläufe haben wirst wie in, ich weiß nicht, wo hattest du denn mehr? In einem von unseren alten Togethers. Ich glaube nur 50. Echt? 50? Ich weiß es nicht. Nein. Ich glaube 25. Mindestens. Ja. Jaja, aber 50? Okay, ich glaub nicht. Nein. Ich weiß es nicht. Warte, lass uns bitte kurz was testen. Stammattacke. Gleichzeitig. Eins. Oh. Zwei, drei. Da, 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 da. Ich gönn dir meinen Yoshi. Wo ist er denn? Ich kenne den Yoshi. Da gibt's den Yoshi. Warum sterbe ich dadurch? Warum lebst du noch? Weil ich Skill habe. Lena! Ja, okay. Ich will Lakitu haben. Warum sag ich Lakitu? Der ist Lakitu. Nee. Sag mal. Sag mal. Du Schwein! Du Schwein! Du Schwein! Du Schwein! Wieso? Als würde ich dich behindern. Nein. Dann tust du auch. Ja, bitte. Dann mach's alleine. Nee, warte. Du sollst ja nicht. Glück haben. Wie die einfach auch noch trifft. Kannst du einen schon? Loll! Loll! Dafür braucht vor allem Yoshi. Alter, mir ist so warm, ne? Schlimmer als sonst wo. Ach so, wir haben den Secret Exit nicht geholt, ne? In 1, 3 und in 2, 4. Ach egal. Das sind nur die Kanonen. Das spielt nicht zur Sache. Und hier müssen wir auch nicht den Secret Exit holen. Fühlt auch nur zu Kanonen. Nur Secret Exits, die halt zu, ähm, ja, Secret Leveln fühlen. Die machen wir. Oh nein! Oh nein, ist gerettet. Ich dachte, du gehst dr... Ja. Ja, komm. Komm, ich will so... Nein! Ja. Das ist nicht... Das ist nicht... Du hast... Das war... Du warst das selber. Das tippst du auch noch. Das ist... Was für den Lappen. Was für... Hey, Bro. Wohn bei mir. Ja? Lena, jetzt sind wir Feinde. Was ist denn? Nein! Das ist schon... Okay, Familie. Du hast dafür ruhig Feinde. So bleibt mir selbst. Und übrigens ist alles gut. Du bist ein Selbstwort-Attentäter. Ich will da nur. Hallo, ich will da nur. Ich will... Ich bin bewaffnet. Was? Ich... Ich bin bewaffnet. Pass auf, was du machst. Oh nein. Was hast du da? Weiß ich nicht. Nein! Ciao! Help me, please! Help me! Ich will meine... Ich will keinen extra Anlauf! Ich habe keinen Bock auf so ein knackiges Horrorspiel... Knackiges vor allem. Das ist nicht gut für mich! Was? Wo redest du? Boah, Alter! Manchmal ist die Wii-Mode halt echt krampf. Das stimmt. Wir wurden in unserem Tück ja da. Womit habe ich denn da gespielt? Also jetzt egal in welchem. Weiß ich gerade gar nicht. Habe ich da mit Blue-Pro-Controller gespielt? Den hatte ich da noch gar nicht. Nee, den hatte ich ja noch gar nicht. Den habe ich jetzt während des Super Mario 3D World Let's Plays... ...bekommen. Und auch bestellt. Wohlgemerkt. So. Können wir auch rein nehmen. Tja. Ja, Lena. Ja. Ja, Lena. Schienen wieder ein paar Pilze. Let it go another. Let it go for other. Boah, der Hintergrund sieht so geil aus. Dafür Wii-Verhältnisse. Also es ist keine... Kein... Es ist ja kein Wii-Verhältnis. Es ist... Ja. Ist ja nicht so, als würden wir das hier gerade und so, ne? Am PC... Nein, nein, nein. Quatsch, quatsch. Lena! Ich bin fast in Lava gefallen. Nicht so wie du. Lena! Lena! Ich will ihn usen. Nein, wir müssen die selbe Richtung gehen. Nein, müssen wir nicht. Ich will die Sternen mit uns haben. Na, da, da. Na, da, da. Na, 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 na. Hä? Ah! Was war das denn jetzt? Äh, wir müssen in die Richtung, in die richtige Richtung eintreten. Ja, ach nee! Ja, was war das denn jetzt? Ich hab's ja... Ich hab's ja... Ja, du... Wohne! Oh, ich hab Skill. Ich hab Skill. Ich bin beleidig. Nach oben. Nein, nach unten. Immer der schwierigste Weg. Lena. Ach so, reich ist, wenn einer von uns beiden richtig ist. Ah, okay. Ja, aber wenn man dann zu dritt spielt, ist ja easy going. Ja. Lena Mitte, wegen, ja, egal. Let it go, let go, do it for me and you. Aber dieses Kabel, ne? Hallo. Tschüss. Why? Hat Kamek eigentlich Hobbys? Tja, ich bleibe hier. Hau ab! Ich sag mal, hallo? Respekt, okay. Sag mal, hau ab! Oh nein, mein Name. Der gibt Punkte, ne? Ja, 2000. Egal, wir spielen ja nicht Münzenjagd. Das war geil. Wir müssen auf jeden Fall eine Bonusfolge machen mit Münzenjagd. Nein. Doch. Nein. Doch, doch. Haben wir bei New Super Mario Bros. U auch gemacht? Nein. Doch. Nein. Doch? Doch, wirklich? Ohne Scheiß jetzt. Haben wir gemacht? Aber Monate später, glaube ich sogar. Ja. Also aufgenommen. Ja. Ich glaube, die Folge kam sogar noch relativ zeitgleich zum Ende des Together's. Also, ja. Irgendwie so. Ja. 26 Minuten? Wir haben für die erste Welt länger gebraucht. Ja. Obwohl mir das hier viel länger vorkam. Krass. So, hier gibt's jetzt einige Secret Level in der Welt. Aber, ja. Dazu in der nächsten Folge mehr. Nächste Folge, die... Ach. Lena ist durch. Ja, ich bin durch. Müde. Aber das Together musste halt mal sein. Und deswegen, ja. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.